Heaven Players vs. Dämonenhorn Teamlevel von 85, bis jetzt das höchste was wir gesehen haben Und das ist auch die letzte Mannschaft hier in der Medi-Tour Wenn wir jetzt nämlich beide mit... Ich glaube Dämonenhorn sieht aus wie eine Mischung von Nordsun und Südklaue Weißing glaube ich, könnte sogar sein Das ist leider nicht so gut Ja, die S-Rang-Siege-Serie ist mal wieder gebrochen, nur gegen Südklaue Schauen wir mal Wie sieht es jetzt hier aus? Oh mein Gott, der hat ihn gehalten Okay, jetzt kommt schon Weißer König Platz Und damit gehen die mir tierisch natürlich auf die Nerven So, ich probiere es erst gar nicht gegen das Königsfeuer Wir werden jetzt einfach nur es raus triggern Mehr eigentlich nicht Ja, setz doch mal Königsfeuer ein, ist okay Das ist ja auch meine Absicht Verdammt So, schieß doch Ich hab doch gedrückt aufs Tor schon Mensch Ich muss glaube ich auf das S und R gehen So, damit haben wir schon mal das Königsfeuer rausgeholt Ist schon mal ein kleiner Fortschritt Ist schon mal ein kleiner Fortschritt Da kann ich niemanden beeindrucken mit So, Katapult Ja, Sneo ist mir zu nah dran Ja, Sneo ist mir zu nah dran Nein, nein Geh weg Wesen Deswegen Es sollte eigentlich Eigentlich sollte Sneo laufen Verdammt Ach komm Ach komm In 19 schon? Alter Falter Krasser Scheiß Nice In 19 noch kein Tor Deshalb Oh Mann Wie siehts jetzt aus? Ok, Tor Recht spätes Tor, ne? Sehr spätes Tor Wir haben 23 24 Kampfgeist ist weg Nächster Kampfgeist ist da Machen Abwärtsfalle Dunkle Gleisheiß Ah ok Ja, wir sind nur lahm Weiße Dame Weiße Dame Wir holen unseren schwarzen König raus Ok, Doka Katapult funktioniert Ist halt die Frage, kriegen wir jetzt noch das Tor oder eher nicht? Nein Wir haben keinen Angriff mehr Oh, das ist Das ist Also, die letzten beiden Mannschaften Von der MediTour sind Echt gerade Ein Problem Muss ich mal sagen Dann werde ich wahrscheinlich die Restruhe Nicht bekommen Ja, gut Ist halt so, ne? Es muss ja auch eine Herausforderung sein Herausforderung Ich muss Sandman holen, ne? Diese Fouls, die sind echt nervig Warte, was ist das denn hier? Warte, was ist das denn hier? Was frage ich denn noch so blöd? Was frage ich denn noch so blöd? Machen wir Apollo Muss leider noch mit Sonnenglut Na komm, Rang A will ich Minimum haben Mit Rang B gebe ich mich nicht zufrieden Okay Da haben wir schon mal das Tor Juhu, der ist drin! Wundervoll Wird Ja, das Problem ist Ich will einen Kampfgeist Aufrechterhalten Greif mal an Vielleicht kriegen wir ja den Ball Wundervoll Wir gretchen jetzt einfach mal Und damit Ey, damit sollte er eigentlich den Kampfgeist verlieren Hallo? Hallo? Kampfgeist verloren Oh, der ist doch schon Ah ne, meiner ist kaputt Falsche Falsche Anzeige Jetzt ist er aber kaputt Okay Ja, das kostet auch alles Zeit Ne, der macht nicht alles mit Absicht So, er hat 5 Was ist denn jetzt hier, du Katapult? JP, hol dir den Ball Sehr schön Da ist halt wirklich die Frage Zwei Tore noch Um Auf die Zeit Es ist natürlich möglich Fünf Tore zu schießen, klar Aber Nicht in der Konstellation Die ich jetzt hier Jetzt Gegenüber trete Die sind ein bisschen stärker Als alles andere Diese viele Zweikämpfe Etc Muss ja auch nicht zwingend sein Muss ich dir auch alles zack Ganzer Knallfall Ich probiere es jetzt einfach mal aus Mit einem Langschuss Ist der durch? Ich glaube aber nicht Um ehrlich zu sein Schön Ja, da haben wir nämlich einen Blocker Und das war es auch schon Der Zwiebel Ist zwar abgeschwächt Aber er kann glaube ich noch was Er kann Er blockt es einfach ab Ja, okay Das sind halt starke Mannschaften Südklauer ist Ungläutig stark geworden Und Dämonenhorn Ja gut Rang A Ist okay Wir werden Gegen dir auf jeden Fall noch einen Rang S holen Definitiv Aber Ich hoffe mal Hier kommt das Item, was ich brauche Komm schon Yes Perfekt Antikosmos Alter Falter Okay Da haben wir die Karte Und wir haben sogar Blaublatt Können wir eigentlich auch mal benutzen Gut, dann Können wir jetzt auch in der Fade Tour glaube ich Jetzt die letzten Sachen machen